Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf eine weitere Gesellschafts-Club-Mission zu. Und schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Alles in Ordnung? Etwas scheint euch Sorgen zu bereiten. Ich schätze, ich war heute nicht an der Reihe. Mach dir nichts daraus. Okay. Was ist los? Ich brauche noch etwas Medizin. Okay. Er ist lustig. Ja. Ich weiß nicht wie in die verschiedenen Sachen ich denke. Baaah! Au! Der Name ist der Name. sind herausgegeben und warten auf Übersetzung. Ich will helfen, Arno. Ich denke, ich könnte die Templerwachen an den Lagern ablenken. Folgt mir, und wir beschaffen uns die Kopien im Handumdrehen. Okay, die Kopien stellen. Okay, da ist Scharfschützen. Okay, da ist Scharfschütz. Halt, Billguard! Sie sind, Scharfschütz! So, diese zwei machen und bestimmt keinen Ärger. So, diese zwei machen. 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 Okay. Ich hoffe, es waren jetzt alle. So, diese zwei machen. 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 Wer ist es? Der Verräter! Judas! Leiden wirst du! Die Zeit ist endlich gekommen! Heilige Sühne für die Verdorbenheit der Zeit! Und diese sterbliche Hand kann es fast greifen! Komm zu mir, Verräter! Ich opfere dich, Madre! Ah, du Bastard! Ihr habt das Gehirn gebrochen! Okay, und so, das war es für ein einnehmender Ägyptologie. Danke! Musik 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 Vielen Dank.